Und damit, seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Stream. Wir spielen heute Kina und Bridge of Spirits weiter. Und wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Jo, ich klicke mal auf weiter und dann erkunden wir weiter die Geisterwelt. Oder was auch immer. Im letzten Stream haben wir hier das Schießen gelernt. Ich muss es nochmal wiederholen. Und das ist nochmal die Störung. Gut, man muss mir nochmal die Störung erklären. Ich muss mir nochmal die Störung angucken. Konzentrationsmenü. Wissen welchen her. CML Shift. Ähm. Okay. Okay. Schwererang. Rechts. 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 wirst du die Custerfestale ... Okay. Okay. So schießen wir. росCI Das geht noch schneller. Sehr schön. Und die Fälle werden regeneriert. Okay, und jetzt geht es weiter. So, wow, das mit dem Rotz. Okay, hier haben wir mal die Karte. Unser nächstes Ziel ist hier. Taros Angst, beseitigen die Verderbnis im Haus von Rusu. Also hier. Hier müssen wir ein Haus von Rusu. Dann warten wir uns mal. Oha. Das Haus von Rusu, das finden wir. Oha. Wo bin ich? Hier nicht. Okay, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich hoffe das Spiel ist so freundlich und konfrontiert und nicht sofort mit allem. Ich hätte einfach nicht eine Woche Pause dazu machen sollen. Irgendwie konnte ich diese kleinen Knollen losschicken. Okay. Da können wir lang, wie es doch besonnen war. Wo ist der Warpstein? Wo ist der Warpstein? Wo ist der Warpstein? Was ist der Warpstein? Das ist immer am Anfang. Jetzt gehen wir nochmal die Verpflichtung. Gehrl am Fleischt. Schießen eine Wertgang... oder ein Hebel... Ah, okay... Jetzt sollen wir zu schießen... Fast hier... Fast... Daneben... Wow, great shot! Wohooo! Wir haben die Challenge geschafft... Was ist mit meiner Stimme los? Hals kratzen wollte... Dann soll es ruhig ja weitergehen... Ganz genau, ich gucke mich hier noch mal kurz um... Oh... 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 Nein... Wir müssen durchschießen... Sechs Zinomus treffen... Na, das tut ja nichts... Okay, wir müssen ein bisschen... Drei haben wir... Das ist Nummer 4... Das ist Nummer 5... Und das ist Nummer 6... Aha... Versuch mal mit ihr... Ready... Go... Na komm... Zeitverschwendung... Wenn man das erste trifft... Na komm... Ich hatte eine Sprint-Taste... Nutze ich die... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Das soll ich schaffen... 4 Sekunden... Nein... Das schaffe ich nie... Oh Gott... Das ist die Steuerung... Wir müssen eben sprinten... Ja... Wir müssen zumindest mal kurz stehen bleiben... Um es hinzukriegen... Ja... Warum es eh nicht die Anstrich-Taste... Ready... Nein... Schieß... Und los... Steuerung... Das ist ja sofort zu treffen... 12 Sekunden... Das wird nichts... Oder... Du wirst... Opa... Bei mir ist das ein... Ab Content... nem... Ich 부st... Ich kann nur bewegen... Ok... Abnehm... Ich habe jetzt bestanden... Oder was? Ich bin zu einem Rrrrrr... Du... Nein... Das Übung war ne... Der Übung war da ne... Ich werde es berühren, dass ich es nicht gegeben habe, aber... naja... Haha, also konnte ich die nochmal benutzen... Ach du Scheiße... Achso, die konnte ich... mit dem konnte ich ja die... Die Felsen zerstören, nicht die Felsen, die... die roten Teile konnte ich damit zerstören... Die großen... Ich darf aber nicht so oft gegenstoßen... Jetzt geht die Energie zum Kuchern... Hier muss ich den gegen... oder die Waldfee... Zunehmendlich... Hier gibt es Kristall... Und weiter geht's... Gehen wir hier entlang... Das ist doch nie... Manifestations of corruption, patrol... Also muss ich nur... ...zunehmend... Ich bin schon einfach... Ich bin schon fast... ...zunehmend... Der ist der Kf-2. Der ist der Kf-2. Der ist der Kf-2. Hey! Fragerefelder kann ich noch nicht Vielleicht kann ich ihn so treffen Oha Der Kampf Schade, das fand ich gut Jetzt muss ich erstmal warten Erstmal ziehen können Wollen wir Warum? Sag mal Ein bisschen höher Suchen wir Bloß, dass wir da nicht in der Nähe sind Ich muss fragen, ob ich das Zidus treffen Ja Na Auf kleiner Schuss vielleicht Nicht Auch nicht Okay Ah, geht's So geht's Manchmal ist die Lösung für ein Rätsel Rätsel vor den Augen Und wenn sie jetzt nicht Okay, hier sind wir jetzt Hier sind wir jetzt Hier am Checkpoint Wetter zum Haus für ein Begrüßung Ey, ich nerv's nicht Der Weg führt zu meinem Haus Na, dann geht's Na, dann geht's So geht's Wie geht's Entschuldigung Das ist Wie geht's Die Die sind Die sind Sie 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 Können wir aber mal auf der anderen Schuss schießen. Dafür müsste ich noch mal die Zeit haben. Und ihn hier. Riesenpflanzen, wo dann bei uns auch was. Achso, das Heino, toll. Das muss man ein bisschen üben. Ein bisschen vorwärts rollen, das ist abwechslungig. Jetzt um die Heilung, ich habe mich jetzt ausgeschaltet. Üben mal das Schießen und das Kämpfen vorher. Wer ist jetzt mit dem Fernkampf besser? Oh, was ich? Oh. 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 Wenn ich ihn angreife, werde er auch zurück. Er kann sich schützen. Ich bin recht und fern. Ich kann mich heilen. Mit Hilfe haben wir ihn schon. Aua. So, das war hinter ihm. Ah, leck mich. Ich kann das Ding noch nicht. Ich habe es trotzdem immer wieder. Diese Steuerung. So, wir spielen auf dem leichtesten Spiel. Ich bin jetzt gerade. Wenn was hier nur los wäre und ich... ...und ich ernsthaft spielen würde. Der mit seinem Schild immer. Ich in den Kampf spielen und schwer. Ja. Ich könnte seinen Schild gerade brechen. Au. Verdammt helfen. Ja. Kann ich machen, während du dich durchstürzt. Ein bisschen die Leichensteuerung. Und deswegen geht auch nicht immer. Die Steuerung ist... ...auswahlfähig. Und ich bin immer nur zu blöd zu zu kapieren. Ich schaffe es trotzdem immer irgendwie. Ich schaffe es immer wieder. Dann müssen wir ja blöd zu können. Hier oben. Dann muss nur ein Jahr. Sehr schön. Das Haus des Kums wird befreit. Das Haus des Kums. Die Fuchsmasken. Ich wusste es für Taro. Als er ein Kleiner ist. Ein Messer. So, das war. Verabschiedung der verabschiedeten Wurzeln. Ich warte für dich da. Open it up! Wunder rein, Watson. Easier ständchen. All right. Noch mehr geständchen. So, und wo nun hin? Zu großem vergessene Wald. Das ist weit vom Warpstein entfernt. Da glaubt man kaum. Gehen wir mal hier in die Schlucht. Und jetzt genau in die andere Richtung. Auf Peilen? Wer hat theoretisch? Ah, ich hab die ja hier gespuckt. So, da. Übernächst da. Ok, hier wird noch nicht lang. Oh, gehen wir hier lang. Oh, ich muss hier noch nicht lang, aber ich muss hier noch nicht lang. Ich muss hier noch nicht lang. Wettbewerb! In die Richtung ist nur, glaube ich, gut. Ah, jetzt müssen die beiden... Okay, ein Relikt haben wir schon. Und bleiben noch drei hier. Nein, Vietnam... Auch nicht. In diese Richtung... Die Lapp. Ich stehe für die beiden hinein. Ja. So, nun... Sind wir hier? Muss man gerade die Musik... Ein bisschen läser... Ist schon gerade extrem. Jetzt zieht's dir wieder kein Stück raus, aber... Ah! Oh! 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 Wir versuchen es mal... Hm, gut war... Fuchs... Nein, Fuchs wieder... Fuchs! ... Es ist sehr schön. Hier haben wir nach wie vor das Standard-Outfit. Kristalle sind die Währung für das Spiel. Dafür kann man dann Ute für die kleinen... Da haben wir jetzt welche von den Fuchs hier drauf. Ja und für die was kaufen. Oder vielleicht so irgendwann einen Ort für uns hin sollten. Da muss ich irgendwie damit. Ok, ich habe vielleicht einen Plan. Ok, hier sind wir richtig. Vergessener Wald. Ok. Danke, Rusu. Ich arbeite, um die Schreine zu öffnen. Taros Liebe, bau die alten Schreine wieder auf. Um eine Wächterbaum zu öffnen. Ist noch was für die? Ah ja. Die Fuchsfigur wieder aufrichten. Ok. Es sind einige Punkte. Mark des Schreines Locations. Ok. Nächster links. Ok. 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 Den Bären sind am ersten schon frei gelaufen. Das ist doch ein bisschen schwierig. Also hier sowas eingeben, so ziemlich vor uns. Okay, da sollen wir nicht rein. Okay, aber wir müssen den Weg nach oben finden. Richtig entlang. Da passiert was. Lass mich raten. Jetzt bin ich schon beim übernächsten Schwein. Ich bin schon beim übernächsten Schwein. Das muss eigentlich sehen können. Ich verstehe das nicht. Das sieht mir schon näher nach einem Schwein aus. Ah ja, da dürfen wir nicht hoch. Ist das ein Schwein oder? Was drehen wir hier? Das führt zu der Lanterncave. Ein Relikt muss da sein. Aber wenn... Erstmal müssen wir die Schwein finden. Hm. Ich war ja irgendwie schon fast da. Jetzt werde ich mal den Pfad versuchen. Ich bin so viel mit mir. Das ist... Ich bin so viel mit mir. Okay, wo ist das 1? Das ist ein Schütz. Oh, nehmt. Jetzt geht's zu stürzend. Oha! Jetzt sollte man ein bisschen Heilung rufen. Der reicht aber gut aus. Nicht so. Na komm, die sterben. Hier! Okay, das war wohl der erste Schrein. Jo. Okay, ab zum nächsten. Hm, die andere Richtung. Ich muss mich jetzt mal orientieren. Fast. Seh ich schon da oben. Aber was kann erst mal hinkommen? Oh, da oben ist. Nicht. Wie kommen wir denn hier am schlimmsten hoch? So nicht. Scheint aber auch keiner zu sein. Das da drüben. Also manchmal. Manchmal verweigert mir das Spiel. Das ist von mir aus die Störung. Seht aber im Video, wenn sie sich nicht bewegt. Der ersteце zu spüren. Wir gehen mit dem Namen aufbauen. Ja. There Eis pilots. Wie du siehst du dazu an? Er siehst du da für biases 가 Bem робst. Oh ja trouve du überhaupt 50... Oh ja. Ich bin vorsichtig im Gegner zum Bekampfen. So, gucken wir da aber nicht dran. Hm, da oben vielleicht. Verflugte Tumor, natürlich. Ja, natürlich. Okay, die Tumor haben wir aber nicht geschafft. Die Tumor haben wir sieben. Die Zeit. Puh! 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 komm ich bin weg 7 Sekunden ist ein Knopf wo ist der letzte ach komm der kleine Wicht Ja 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 Ich werde mal auf Taktische angehen. Ich habe keine Zeit. Ich habe es schon gar nicht. Das ist doch unmöglich. Na komm. Kein Gegner. Das wird jetzt wild. Drei Sekunden, vergiss es. Ach komm, lass denn was. Das ist es doch nicht wert. Steine Kinder. Wo ist denn der Nächste schreien? Das ist nicht unheimlich schwer zu finden. Wenn man sie mal gefunden hat, kommt man nicht hoch. Ich klicke es nicht. Nein, hier gerade eben. Dann muss man dem Spiel dann drinnen, was wäre es, die ist. Okay, hier ist einer, aber was wollen wir hier machen? Wo ist die Klingbein, da? Das war's für heute. wir wissen hier noch was geradeaus in die richtung hä hä äh äh sieht man nicht jemand müssen das wird kurz ok was machen wir jetzt damit über ist von nicht wenn das die 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 ein bisschen stein drauf werfen mit den ritz oder was mache ich hier naja ich mache mal eine kurze pause während der pause gucke ich mal nach und ich dann lösung für finde bleibt es dran bis gleich wie dumm sind wir endlich ich meine man hätte hochklettern können sich da drauf stellen oder nein nee das wäre zu leicht ist so einfach wie das macht man ja nicht und jetzt gehen wir den ganzen weg zurück und klauen herumschlüssel ich glaube es wäre sinnvoller also da lernen die vielleicht doch was die ganzen weg der holz und überhaupt nicht auffällig oder so wie aus etna bricht aus und wenn das mit auszuzitieren kannst es natürlich versuchen aber wenn es nicht klappt dann sonst vielleicht mal darüber nachdenken ob es vielleicht die richtige seite ja ganz ehrlich ich glaube ich glaube der plan 100 liefstütze am tag machen und dann einfach die wand einreißen mit der pause sinnvoller ist das die kann auf und springen über die mauer ich will dir davon nicht abraten wenn es nicht klappt solltest du es vielleicht als vielleicht gemüsst du dann gar nicht auf die andere seite der mauer es fühlt sich schon irgendwie gut an einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem schuss loszuwerden wie wirft man eigentlich dynamit du zündest es an dann drückst du linke maustaste wie zündet man das an du sollst das nicht zu lange in der hand halten ich glaube ich trage mir auch ein paar arme und beine ich meine warum nicht oh nein ich habe gerade einen dynamitstand gerade und gerade nach oben in luft geworfen deswegen habe ich auch nein gesagt ja das sollte man vielleicht nicht machen das habe ich auch schon getan okay hier müssen beine ran okay hier müssen beine ran mal das baumfernen mal ein bisschen leichter ja ich meine wir haben eh unbegrenzt dynamit von daher warum solltest du es nicht tun ja 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 natürlich ja diese grundsatzung ein bisschen mehr freindgefühlen stimmert ja gute nacht jetzt bin ich nur kurz drin oh das ist das ist der das ist der glitsch jetzt habe ich es unbewusst gemacht wie kann ich euch mal zeigen damit kann man etwas was vom spiel gar nicht vorgesehen ist das ist der glüffende gemeinschaftsraum das ist der glüffende starb sie da genau zu sein das ist der glüffende gemeinschaftsraum 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 wir haben jetzt sogar flohsa äh flohpulbe gefunden können wir jederzeit hier hin oder was das ist der glüffende gemeinschaftsraum das ist fantastisch 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 das ist der glüffende gemeinschaftsraum bis jetzt haffelpuff hier immer sein würde Freiheit bis draußen ist angestellt es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben was damals wirklich passiert ist irgendetwas was mein Vater entlastet ob doch der Marcelles falsches spiel aussieht auch gut dann muss ich nur noch wissen wo genau das Haus ist wow und wie man dieses Ding hier erklärt ganz toll hat jemand gefragt ob du überhaupt unterfragen kann wo bin ich was ist passiert es gab scheinbar eine Art Unfall Harvey Harvey geht es dir gut ich bin okay dir passiert nicht so schnell was und eine dünne Säule aus Forte ist aber wir haben ganz viele Sachen verloren nein ich habe schon fräischer großes Brecherhund nein wir haben jetzt unseren Witterhund und Ketchup und so weiter nein nein diesem Jungen gemacht Wille ich habe gar nichts gemacht von Aidenwals er wollte mich nur beschützen er wollte wir erreicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden nein 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 im weißt du was ist das warte einfach der Scheißfarte warte warte woherst du deinem Knied nicht mehr tun n du ist... du sagst Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzung, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süßer. Als Maul! Das gibt ja, das gibt ja, das gibt ja. Ja, wieso? Oh, doch. Jetzt, Maul aus! Jetzt, Maul aus Gesicht. Komm, geh, lass uns gehen. Oh ja... Ich darf. Was ist das denn? Ja, roll doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Ja, na komm so. Ja,從 was wehlasst. Was ist das denn? Ich hatte die Kette von Mütster. Ja, das ist mein erstes. Das ist mein erstes. Ja, nehmt die. es sieht so aus als ob ihr nicht ganz die attraktion seid mit ihr euch haltet ihr seid nur drei absolute dummköpfe in einem großen schnober na sehr toll haben sie in der zeitmaschine verpflanzt ich muss sie überwältigen die haben mich gerade entdeckt die kommen jetzt gerade zu mir raus hier ich bin aber auch draußen ich bin auch draußen ich bin bei dir draußen modi oh mein gott du bist du was das ist auch eine idee was wie zum fikas ich habe ja die flint abgenommen das ist der alter hank so weiter gehts dann gucken wir mal ich habe so einen groben plan und dazu müsste ich jetzt noch die türen und da oben ist noch am lieb dann ich bin die 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 zähne aufgedanken Wow, genau so, jetzt müssen wir jetzt mal hochklettern. Und von oben, das kannst du ganz fixen. Ja, wo ist denn? Die Saublut hat uns zielweit hochgebracht. Ah, hier. Manchmal muss man sich halt ein bisschen angucken. So, einmal hier um die Ecke. Okay, die rutschen jetzt hier. Ja. Essen. Den nächsten Reizpunkt finden. Vielleicht hier. Oh oh. Shit. Jetzt wird man vielleicht erst mal schießen, wenn wir drauf sind. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Nicht so loslassen. Modi spielt Retris. Aha. Was soll das denn für ein Spiel sein? Nicht Tetris, sondern Retris. Er hat mich auch mal nicht gehört. Vielleicht reversed Tetris. Könnte ich mir drauf denn. Na komm hoch hier. Hoch hier. Ja, da müssen wir hin. Oh, nicht runterschmeißen lassen. Was habe ich gesagt? No, das war nicht. Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, das stimmt. Feuermotten Na sehr schön Noch eine Und dann Das ist ein Pumper. Und dann Kommen wir Und dann Die 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 noch kurz warten ok jetzt jetzt gehen kann jetzt Ein großer Bombe ist befreit. Der nächste Schrein gerettet. Da waren es noch zwei. Da waren wir noch zwei. Oba, ich glaube nicht. Oh, jetzt. Jetzt haben wir noch die zwei auf den Insel, wo ich keinen Plan habe, wie wir die machen. Okay, so springen wir da schon mal nicht runter. So fallen wir hier auch nicht runter. Ja, okay, jetzt noch mehr drüben. Und was ist das jetzt? Hier haben wir eine tolle Aussicht. Ah, okay. Wollen wir mal den Aufzug rufen? Okay. 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 So geht's. Okay. Okay. So, dann haben wir den hier. Und was soll ich hier mitmachen? Okay. Der andere ist ganz ähnlich. Natürlich. Ich mach mal kurz in die Komplettlösung. Das muss dann doch mal sein. So, dann geht's mit dem Fahrstuhl runter. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Was. Du hast ihn. Das ist zwei Grittepläne, aber... Schauen wir mal. Hier gibt es vielleicht irgendwo Hinweise. Ah, hier sind die schreiende Brennschuhe. Ist auch das so. Können wir jetzt hier irgendwie die Tempel schreien wieder, die Dach bringen. Jetzt haben wir einen Blick hier rüber. Da ist so ein Stein am Weg. Und was wollen wir damit machen? Und was wollen wir machen? Was ist hier der Kloon? Ja. 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 Okay. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir da auf Steinchen zählen, um das zu aktivieren. Und hier ist noch kein Story Stein irgendwo in der Nähe. Ja, komm. Ach ja. Okay, da ist ein Stein. Wo ist der andere? Okay, da habe ich keinen Plan. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen Löwe. Jetzt nach dem nächsten. Das sind die Dinger, die gerade aktiviert werden. Okay, das sind zwei. Hier ist Nummer drei. Ah, Nummer vier. Und da ist drei, das sind die Schwerfer nicht mehr. Oder ist die Schwerfer nicht mehr. Ich schaue, es ist einfach eine Schwerfer nicht mehr. Aber man muss eskennen, bereits zu den Augen. Ließen sie mit einem Schwerfer nicht mehr. Echt, es ist eine Schwerfer nicht mehr. Ich kann es von hierher malen. Ich kann es nicht mehr so, dass ich nicht mehr zurück. Ich kann es nicht mehr so, dass ich nicht mehr. Und da bin ich! Okay. Und da bin ich �ww- und ja. Da bin ich auf. Ich bin der letzte aber noch nicht offen. Uh-huh. Uh-huh. Das hat jetzt viel gebraucht. Es gibt mehrere Warn-Fisch-Baskets hier. Ein einfaches Design, aber sehr effektiv. Es scheint da nicht die Lösung zu sein. Und dann überheben wir das Problem mit den Schweinen. Zwei wären noch über. In einem habe ich absolut keinen Plan. Und dann überheben wir das Problem. Das war's auch nicht. Ja. Okay, versuchen wir es mal. Irgendwo soll ich mir... ...Motorenplatte sein. Das ist sehr großartig. Das ist ein Zentimeter vor. Das ist ein Zentimeter vor. Das ist nicht das, das ist nicht ganz das, was passiert ist. Das habe ich auch kalt gemacht. Aha, verstehe ich nicht. Warte, was wenn... Oh, okay. Wir müssen die Steine und die platzieren. Hier steuern wir nochmal. Steuern wir nochmal hier oben. Steuern. Rotaktion. Rotaktion. R. B gibt es noch. B gibt es noch. B ist aufheben. Hier hin. Ah. Steuern wieder bedürfen. Steuern wieder bedürfen. Schleppen wir das hier hin. Dann machen wir nochmal hier aus. Sehr schön. Und... Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir den letzten machen. Dann machen wir das hier hin. Und dann machen wir das hier hin. Hä? Warum müssen wir dann in bestimmten Reihenfolge die Dinger schießen? Okay, das muss man erst mal herausfinden. Da drüben. Dann mal hinlos. Dann muss man erst mal drauf kommen. Hier war die Lösung. Den Winden auslassen. Dann mal hinlos. Dann mal hinlos. Und vielleicht doch nicht. Jetzt kommen nur die Mücken hier. Hä? Hä? Ein großes Hä, dieses Spiel. Okay, jetzt erst dann der. 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 Dann. Dann. Dann der. Einfach reinführen und merken und so eine Sache. Irgendwann habe ich es auch mal. Und dies. Und zu guter letzt. Ah. Na bitte. Da haben wir auch den letzten geschafft. Die Kinder in Taro haben oft gefischt in diesen Flächen. In der Stillness der Wurz. Taro und seine Siblinge fühlten sich sicher in diesen Wurz. Sie haben ihnen gut, Ruzu. Oh nein. Jetzt müsste sich doch auf mich das Ding baut. Bei der Wandbildöffnung. Das führt zu der Lanterncave. Okay. Wo wollen wir? Irgendwas übersehen? Irgendwas falsch gemacht? Das macht's. Das macht's. Und das macht's. Und das macht's. Das macht's. Das Spiel ist ja gar nicht schlecht. Aber für Leute wie mich. Die ein bisschen schwer von Kp sind. Und da. Das erstmal schneiden müssen. Da bräuchte es zumindest eine kleine Anklärung. Okay. Gibt's irgendwo einen Höhenengang. Da steht ja wirklich an dem Schwein. Da steht ja wirklich an dem Schwein. Da steht ja wirklich an dem Schwein. Oh. Ok, da wollen wir nicht hin. Oder doch? Hier ist noch eine Flamme durch drüben. Flamme sind wohl auf der Insel. Wie ist das, was ich so gut haben? Ok, das war ein bisschen obvious. Das hatten wir aber schon. Dann weiß ich es nicht. Hier aber nicht so. Vielleicht irgendwie mal ein bisschen da rum. Ah, das. Tja. Belendung. Hier ist wieder fast hier noch. Fantastisch. Was ist der Kapitän? Was ist der Kapitän? Was ist der Kapitän? Was ist der Kapitän? Annen wir ihn. Annen wir die Wolse des Ubers. Was ist der Kapitän? Was ist der Kapitän? Was ist der Kapitän? Was ist der Kapitän? Wir lassen die Pfle auf den Garten, um es zu schützen diejenigen, die wir lieben. Taro hat das für die Kinder. Er muss so Angst haben, wenn er sie verloren hat. Meine Z�indlichen Todes. Taro ist leber. Weißhaftwerke. Ich habe auch eine Angelegenheit. Ok. Ich werde das zwei. Ich werde das zwei. Ich werde das zwei. Das wird zum blauen Punkt. War das nicht der verschlossene Schrein, wie es jetzt weitergeht? Wie gesagt, der war es. Es ist aber gut, das wollte ich nur einmal die Woche spielen. Naja, ich weiß nicht, wie mir das gefallen soll, das Spiel. So durchwachsene Schüge. So ist es, wenn wir da etwas noch versuchen, truly kämpf Hag. Da ist es nicht derart, aber da sind eine Kaffee. Ich glaube jetzt habe ich nackt gebrochen. Oh nein. Oh, er hat das betreut von uns. Dann mal rein dort. Was von der Karte haben wir eigentlich schon? Okay, irgendwas hieß hier von Prüfungen. Wir werden wahrscheinlich hier noch im Dritts relikt. In dem Bereich suchen und dann das Finale von hier oben. Von der Werkstatt. Das ist ja schon am Anfang an, wenn ich mich nicht hole. Taros, Taros Feuer heißt nicht. Da sollten wir mal hinschwerden. Oh, ah. Ey, nicht schubsen. Schubsen, die Leute. Ich sehe das jetzt bei jedem. Dann. haha ja 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 Muerte. Muerte. Ah ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, 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 ja. Das soll wieder in der bestimmten Reihenfolge machen. Okay. 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 Ja, oh. Ich werde jetzt aber schwer, dass ich dort hin. Ich sag' ich mal schnell raus, dass ich keine Kinder von die Jungen beginne. So, jetzt sind wir hier und ... Diese Spuren machen immer irgendwas. Oh, da geht es jetzt wieder zu. Können wir mit denen noch mehr zerstören? Wenn das Spiel nicht lässt. Ah, Steuerung. Oh, da geht es wieder zu. 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 Oh, da geht es wieder. Oh, da geht es wieder. Oh, da geht es wieder zu. Und weiter geht es. Ich glaube, das Spiel lässt sich besser zuschauen, als selber spielen, ein bisschen habe ich das Gefühl, nachdem ich das gespielt habe, und vorher schon im Stream gesehen habe, bis Ende dieser Spiele. Eine weitere Änderung. Natürlich. Natürlich. Ja. 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 Ich habe noch einen Rettungsgeladen. ein ton der Wettkampf-Area. Ach, Schande! Ich bin zu dumm, ob es dann unten ist. Schreien möchte ich doch! Auge! Die Kangen war... ... aber zumindest in den Linkensteiger. Hopla Trotz 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 Nicht Dose Trotz Dez Trotz Kleinmärkung nur extrem Ich darf mich eigentlich ganz schlecht sehen Ich darf mich einfach nur an die Blüte wieder aufgehen Vielleicht hätte ich da drücken So, jetzt wäre es gelesen, das ist halt der Zug, sonst kann ich nicht auch spielen. So, jetzt können wir ihn noch zu oder so kriegen, die werden in einer Erleichtung. Ja, komm! da war an fachdick im kämpfen Ich kann mich am liebsten nicht mehr drauf und nicht auf den eigenen Schaden achten. Nicht drauf. Das sieht doch nach was aus. Das dritte Weg ist es aber noch nicht, oder? Oh, eine Laterne. Doch ist sowieso schon was verliebt. 5.000 Laternen verliebt. Gut. Dann wieder hoch hier. Schnell los hier. Gut. 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 Ein schlechtes Anliegen, wahrscheinlich. Ich begreife schon wieder nicht, wo es dann geht. Ich bin ein schlechtes Anliegen. Ich bin ein schlechtes Anliegen. Ich bin ein schlechtes Anliegen. Ich muss wahrscheinlich dann da reinfüllen. Ich bin ein schlechtes Anliegen. 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 Okay. Okay. Ich bin ein schlechtes Anliegen. 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 Mensch, ey. Lass mal den Rest mal finden. Nice to meet you. Er fehlt... und der letzte... Da kommt doch wieder gutes Wetter aus... Befreie Taro benutzt direkt um Taro zu befreien. Wabschreien, er ist noch innen. Er ist noch innen. Was sollen wir denn hier... Tan zappen? Ja, Rottkubbs. Das ist noch eine verwünschende Truhe. Okay, kommt darauf jetzt. Ja, das Spiel ist... Ich habe den letzten... Mal ein bisschen über eine Wertung nachgedacht. Nach aktuellem Stand. Wir haben es jetzt nicht richtig sehe. Ich habe hier... Ich habe hier eben mal... Ein paar mal eine komplette Sonnachpunkt... Und wir sind jetzt ungefähr... Das ist eine Halbzeitsbilanz... Würde ich schon mal sagen... Es kann natürlich noch was kommen... Deswegen... Von der Halbzeitsbilanz... Würde ich sagen... Eine Wertung von... Ich nehme eine Wertung von... Einer guten... Sechs von drei... Äh... Sechs von zehn... 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 conc resolution... Erf nicht, Kena... Ich werde jetzt mit Larry & Sechs von zehn... Sechs von zehn... Das hatten wir schon. Und wohin jetzt? Frey Towns. Der Rittum Towns wird freien. Unter mir. Wir platzieren Erekte. Eine Lampe. Die Bücher, die Notizen. Und das Schwert. Die Bücher wird auch nicht ohne die Reihe. Willst du auch nicht? Der Pferd ist, dass wir hier nicht finden können. Das ist schweif. Die Bücher wird kein凝收igt. Das ist die Rohm Coronavirus in der Nähe. Wer aber also solltest du trinken? Aber du hast keine Verleßung. Das ist schweif. Das ist die Rohm amour. Der Geräte ist in dem Harry Potter-Ul. Der Gerät wurde viel versucht. Oh. Okay. Verdumene Taro. Das fällt. Au. Leben. Oh, verdammt. Komm. Triff doch mal. Wow. Triffen muss man können. Ist so nehmlich. Neh, hier noch mal ein bisschen damage stehen. Hold on, please. Na komm. Komm zu, Mami. Mami Kina Person. So jetzt hier vor dem Ohr. Ich bin dran. Ich bin dran. Ist hier noch Schottstände. Eigentlich muss man jetzt. Oh oh. Ist gut. Au. Oh. Zum langen Schlack ausruhen traurig mich gar nicht. Und sich gar nicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. No Okay komm, den haben wir doch gleich und der hat uns na komm so, da haben wir ihn nein, der hat uns ich hab ihn noch nicht na komm rein da komm der ist der Führer sie gehen von oben im Tafel der schädte der der die 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 schluss mit der die die den die zu dem Mountain Shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay. But I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Beni and Saya had left. I had to protect them. I had to protect them. It happened the next morning. It happened the next morning. The explosion from the Mountain Shrine covered the land in darkness. It happened the village like this. Oh no! No! Beni! Saya! Anja! Wo bist du? Es dauerte für Tage. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now... ...it's hard to forgive myself. Taro. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother. And they still need you. I'm sorry, Kena. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Das war schon. Es ist ein Meditier. Ok, ihre Tauben am Maskenschwein. Dann tun wir die Ismöe. Einfach die Fahrt füllen. Ich guck mal, lass mich nicht veräuren. Ich glaube, ich muss die Fahrt füllen. Da schiebt noch was Ich werde das vergessen können wir natürlich nicht so lassen noch mehr davon wir sind jetzt im Dorf wir müssen das Dorf doch nicht freuen ne eine Schleifen wie süß wir müssen ja komm mach das auch weg sehr schön ja was gibt es hier zu sehen das Geisterpost gefunden du hast etwas gefunden dass er einem Dorf gewonnen gehörte du gingst zu seinem Haus im Dorf der Ort ist dort gerade markiert ich bin nicht da wo ich kann Das Haus bin jetzt aufgefallen Ui, jäi. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke. Back here! Das ist nicht Öreland! Nicht Öre, verdammt da! Da müssen die Menschen übernommen werden! Das ist sehr schön! Und alles wird wieder blut! Oh, Taurus Maske! Einmal wenigstens! Taurus Maske und Infrierung nur noch! Gucken wir mal auf die Schleifchen! Hübsch! Outfits haben wir noch nicht bekommen! Nur das Standard! Prüfungen! Tagiere mit der vergessenen Schnitzerei! Unter dem Masken schreien! Um Bosse zu wiederholen! Um es dich spannenden Herausforderungen zu stellen! Wenn du neue Prüfungen meisterst, die im Laufe ihrer Reise vorgestellt werden kann, Keiner einzigartig auch für das Zauberstechner und Rotthüte verdienen! Aha! Oh! Garo sitzt jetzt mit ihren Schleifchen! Jetzt. Ich denke, die Korruption in der Forst hat auch geöffnet. Ich weiß, dass es Zeit für Benny und Zaya weitergehen können, aber... ... die Forst wird nicht das gleiche ohne sie. Es ist natürlich, eine Verbindung mit den Spirits, die wir haben. Wir geben uns eine Teil von uns selbst, wenn sie weitergehen. Der Weg von einem Spirits-Guide ist ein einzigartiger. Es gibt immer noch Arbeit zu machen, wenn du möchtest, um den Schrein zu erreichen. Ein Wundersmith lebte in unserer Stadt. Und hat die Strukturen außerhalb von jemandem. Suche die Flüsse, außerhalb der Störhaus, für ihre Gefängnis. Die Rasmuske, dann die Story des nächsten Geistes, wie ich sagte, wie es mir schon dachte, hier gibt es wahrscheinlich noch viel, und auf der linken Zertifizierung ist der Bereich, da gehen wir dann hin und gehen durch die Geisterbeere, da haben wir hier auf dem rechten Gebiet noch Sachen zu machen, im linke Bereich, und dann geht es auf zum Mountain Schreiben. Und dann, und dann, und dann, Ich würde sagen, das ist aber dann ein guter Plan für den nächsten Stream. Nächste Woche gehen wir dann dorthin in den nächsten Bereich. Dann können wir auch noch irgendwann nochmal die Plüfung probieren. Wie gesagt, die Hälfte ist ungefähr die Hälfte plus. Der Bereich wird auch noch Zeit brauchen. Und dann das Berg Stingens. Es wird kein einziger Eingangbereich mehr sein. Wahrscheinlich wird es vielleicht noch einen Bosskampf geben. Aber ja, zwei, vielleicht drei Streams. Ein bisschen kürzeres Spiel. Selbes drei Streams noch. Also insgesamt vier, fünf. So sieht es aus. Sprechen wir mal eben. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Auf YouTube. Da bin ich nach oben. Block aktivieren. Kommentare schreiben. Aber dann lassen. Und die Laufzeichnung. Und ja. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Auf Twitch dann wirst du schon. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao YouTube. Ciao YouTube. Ciao auf.